Hallo zusammen, nächster Trailer am Start. Wir haben heute den 30.06.2020. Ich hatte die Verena in der Skype-Leitung. Nein, Quatsch, ich hatte die Verena angeskypt so rum und habe gedacht, lasst das Aufnahmegerät einfach mitlaufen und ja, das könnt ihr dann anhören bei VK, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Wisst ihr ja, Link kopieren ab in die Browserzeile und dann gelangt ihr zum Hauptfilm. Dann hoffe ich, bis gleich. Tschüss.